ja und ein herzliches hallo wieder zu portal 2 mit make a birdie hallo so was machen wir so den speed slime da gell ja das blaue springen und der rote ist der speed voll abbekommen und jetzt bin ich angeslimed nein so schau mal speed also genau ich muss den würfel mitnehmen weiss schon wieder auch ganz witzig so ich zähl wieder runter mac ja ich hau wieder bei 1 drauf 3 2 1 go ich hatte gleich ein startprobleme noch einmal kein chaos nein da irgendwie beim start irgendwie so ich stehe mich hier gleich ums schleim 3 2 1 go ja jetzt funktioniert doch also nur zur erklärung von da oben kommt da runter der würfel wer es nicht gesehen hat wir waren ganz kurz schon einmal drin vorher aber eben nur das und so weiter nicht das war wieder nur so ein anfangs gag level was gibt es hier nicht viel naja ja ich hab da Polator drückt ich hab die schon gesehen ja ich wollte auch grad drücken da sind die da waren wir uns verarschen dabei gell sooo sooo jetzt wirds lustig oi 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 ach du meine Güte ich geh die mal einfach weg mhm pfff das wäre irgendwie lustig wenn das ur level ist und man braucht irgendwie nur Portal und oben ein Ausgang Portal und fertig warte 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 ich hab mir schon die ich hab mir schon Mörder Idee und zwar also du musst mich durchspielen kannst du da mal rauf gehen äh du bist ein Knopf ich darf drück mal genau und jetzt das gleiche da drüben noch einmal hm nicht durchgehen ach se wohin so so geh mal rauf mach ja na so na ganz hier oben bleiben was soll ich gehen nach rauf jetzt durchlaufen ich bin schneller ich bin schneller ich bin schneller ich bin schneller und jetzt aua was war jetzt nein sie sind nicht ausgegangen ok ja hab ich gemerkt ich hab Speed hab ich ua nein aua fast geschafft ähm ach so wo kommst du raus da oben da rechts ja müssen wir da irgendwie Slime raufhauen vielleicht da in die Spur in die Spur dass ich schneller wäre nein oder du musst es nur vom Timing her passen das ist ne gute Idee oder 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 muss ich da rechts ausweichen nö das könnte jetzt könnte es funktionieren warte ich muss es da drüben aufgreifen machen wenn ich schon dabei bin fast bitte ja genau ah das geht ja aus passt ok fast mhm jetzt muss ich da noch schauen dass das dann boah ja 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 bitte nimm mal das falsche Port äh aua und irgendwie geht sich das nicht aus im Schatz aus hm da geht es aus der drüben Seite yes und jetzt achso wir müssen beide drücken dass wir na warte mal dass der Würfel runter kommt oder wie weil jetzt nur mit mir kommt nix ok ähm warum gibt es da zwei Spuren müssen wir da gleichzeitig nein ich muss die dann da beim Zweier oder ne ja du musst jetzt da die Falle da machen dass du mich quasi dann da wegschießt ne da oben wie gesagt du kannst nicht durch das eigene da laufen oder ja und ich brauch dann nur einmal zack wenn der nämlich jetzt so wie jetzt unten ist kannst du mich schon wegschießen wegschießen also wenn der jetzt jetzt runterfährt kannst du mich schon schießen ok 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 ich bleib mal nur sicher zwei Mal da rum aber ja passt perfekt ok 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 es sich vorstellt wenn wir es ungefähr so hinkriegen sollte das passen anstrengend manchmal vielleicht erfahren wie schwer das wird aber sie sind tolles subjektives das wird echt dich und zwar dass wir da gibt es mit speed da aber da oben da oben schießen sie wieder ja ach so da kommt alle kommen die würfel musst du hier die würfel so da drückt man genau dann haben wir da mal in speed drauf das ist gut was ist ja gleich immer dann so und so und zwar was sollst du das gemacht warum ist der jetzt kaputt dahinten ach so da ist der zerstörer wo den kann man da auch rausholen wo ist der zerstörer da kronen der zerstörer da warum kommt das warum kommt das da durch ach so und jetzt wissen wir da ist der sein nein es war kein wird der badell da oben haben wir jetzt da hoch so ich geh mal darüber wo kommt man hin wenn man da drüber läuft eigentlich drüber gesprungen etwa so ungefähr schaut das nach außen wir können zwar von da also darüber und dann darüber nur fetzen uns dann die dinge ab das heißt wir müssen schauen wir müssen nicht über den laser ablenken oder um lenken nur der der geht nirgends anders hin ich kenne mir den da rüber oder bist du über das drüber gesprungen nein du musst das problem ist wenn ich jetzt darüber muss der rüber wegnehmen also doch okay ich kann jetzt das so und damit würfel der was vor mir ist alle wegkicken was okay und du machst aber unten die zwei dann quasi jeder das hat du musst mich immer links und rechts links rechts also du brauchst nur einmal einmal die zwei ports machen dann hupfen wir einmal links einmal rechts dürfen sie sagen nur die frage bekomme ich mir würfel okay das ist glaube ich nicht so schlimm weil dann machen wir einmal so und dann tun wir weg dann liegt er dort dann glaubst du du erst um was geht und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und du machst mir da quasi zwei portale also du musst jetzt auf die andere seite zwei portale noch machen wo wo mache ich wieso bin ich jetzt nicht schneller geworden wenn ihr die tatsch nicht versteht verfreien wir die musik nur als frage jetzt schiff also ich muss jetzt da da ein portal machen und da und ich und du machst dann unter mir eins und da eins und ich versuche den scheiß ähm würfel zu fangen währenddessen schiff okay sagst mir einfach wann ich dann soll okay ja geht schon und drüben auch schiff nein das ist der Würfel weg haaah jetzt bereuchte ich den Würfel genau wieder zurück gell hahaha gut den Würfel den können wir drücken machen na fuck jetzt flieg ich runter in den scheiß Beschleunigung schleimy schleimy sollte das lustig sein? ja ist lustig du musst halt den gelben schnell wegnehmen genau der liegt perfekt mhm haben wir haben wir ich fliege ne warte mal und jetzt ähm jetzt ist scheiße achso jetzt hast du keine speed mehr oder ist? ja achso ähm warte da neiiiin ja du kannst mal oben einen Portal machen bitte einen gelben ah einen roten erst das ist dick haben wir schon Balli? das ist dick gefühlt dass sie nicht genug ist noch den die die haben wir besuchen doch schon mal ist was Okay. Oh geil. Warst du es? Warte, oder? Achso, das war's glaube ich, oder? War's. Ja, geil. Und jetzt? Jetzt kannst du mich da oben schießen. Wohin? Da oben. Achso, warte mal. Aber warte, jetzt mit dem gelben. See you. Du schaust jetzt, wenn du das Dumme kommst. Du gehst jetzt da rüber, zum zum Slimy. Ich kann eh, oder? Ja, ich kann eh, Quartals. Du brauchst jetzt nur rüber gehen Bin da. Und einfach nur laufen. Okay, ich lauf. Ich fang dich. Huaaa! Und danke. Ach, da winkt eh schon. Hallo Mac. Hallo. Abgeklatscht. Sehr schön. Zwei noch, oder? Das müsste der 7 sein, glaube ich. Von 8, genau. Ah. Nach diesem hier folgt nur noch kein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben. Okay, da brauchen wir einen Würfel. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Was kriegen wir da? Ah, da kriegen wir einen Würfel. Was kriegen wir da? Oh. Weg ist er. Weg ist er. Weg ist er. Achso, da muss einer... Ah, verstehe. Pass auf. Pass auf. Verstehe irgendwie nicht. Ja. Nee. Wie komm... Ah, da ist es. Schau, da, da, da. Da haben wir jetzt mal einen Speedy Gonzales, ja? Mhm. Andere Seite auch noch, oder? Äh, ja. Dreh mal die Port um. Achso, warte. So, geht schon. Genau. Jetzt fett's dich durch. Jetzt fett's dich durch. Und... Nein, nicht so. Nö? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab nur... gewisse Zeit... Ich hab nur gewisse Zeit, dass ich da herlaufe. Ich lauf. Ob ich da drüberschieße. Hoppala. Warte mal, ich muss mal schauen, wie lange das überhaupt da geht. Ich lauf mal. Das war ja der falsche Knopf. So. Okay, das muss in 10 Minuten passieren alles. 10 Minuten? Ah, 10 Minuten. Das geht so aus. Das geht so aus. 15 Sekunden genau haben wir Zeit. Dass wir... Pass auf, dann werden wir da oben noch einen Beschleuniger machen. Das geht doch nicht. Nein. Und da oben ist das Gitter, oder? Ja. Auf das Gitter quasi. Also wir... Im Endeffekt, wir brauchen einen Würfel, ne? Oder? Genau. Okay, das hilft nichts. Nein, du fliegst einfach eh rüber. Und ich muss dann... Das wird eine spannende Geschichte, muss ich sagen. Achso, warte mal. Ich könnte mir eigentlich da einen Beschleuniger herholen, dass ich die Zeit schaffe, oder? Warte, du könntest nass werden. Jo. Ja, das ist DT. Und dann zurück auch nochmal. Ich merke, ich mute den nur kurz. Mach du mal kurz weiter. Ja. Okay, dann müsste ich da ein Stück rauf hier. Jawohl. Jetzt passt die ganze Bahn. Das heißt... Man könnte jetzt... Jo. Ich drück. Er fliegt. Genau. So machen wir das. Und dann drücke ich den Knopf. Zurück. Hoch. Zurück. Drücken. Passt. Ja. Müssen wir dann... ein paar Sekunden warten hier auf Burning. Ein paar Sekunden warten hier auf Burning. So, da bin ich schon wieder. Es wäre angerichtet, es läuft nämlich folgendermaßen ab. Sehr gut. Okay. Ich lauf einmal da her, drück das, lauf zurück, mach dir den fort, du schießt dich da rauf, ich lauf zurück und mach dann diesen hier und drück das Knäppchen und du rufst dann da runter. Hast du verstanden, gell? Jaja. Du laufst dann mal da einfach. Wie, wie habe ich den Würfel? Ich lauf mal. Ja. Was muss ich machen? Ähm, könntest du andere Seite laufen, das wäre cool. Jo. So. Falsches Wort. Na warte, es geht hinten raus. Muss ich eh was machen, oder? Nein, nein, lauf mal. Und jetzt? Lauf, lauf vor, lauf vor, schau rauf, fang. Und spring runter. Ja passt schon, passt schon, bist du sicher. Achso. Kannst du schon da herlegen. Oh, danke. Na cool. Geil. Ja. 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 Ich glaube, mit der Allerletzte jetzt so leicht sein wird, oder? Naja. Das war jetzt auch noch mal 7 vom... Mhm. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich angekommen bin. Na, da gibt es wieder einiges, glaube ich. Das werden wir uns in aller Ruhe beim letzten Partner anschauen. Kleider weg, aber wir können ja mal einen Blick riskieren. Aiaiaiaiai! Da hat sich selbst weggespeichert. Cool. Wie dieses? Hä? Was ist das? Boing! Boing! Was? Eier? Boing! Boing! Eier? Geil. Achso, was der blaue Slime? Was kennt der? Der ist Springer. Enttäuscht mich nicht. Findet die Tür zur Kammer. Sicher, ich find... Achso, Slime ist das da drüben. Wo ist der Würfel herkommen? Ich weiß es nicht. Achso, blau ist ja wieder von vorher, oder? Ja. Ähm... Ja... Macht nix. Danke fürs Zusehen! Im... ...nächsten und letzten Part dann. Kommen wir jetzt um Finale hier. Dann haben wir schön, glaube ich, 10 Parts. Das ist auch eine schöne Zahl. Jep. Jo... Weg, tschüss! Ja, tschau, gell? Tsch... Bis zum Finale! Tschau, tschau! Tschau, tschau!